Achtung, Achtung! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gestatten uns jetzt Ihnen einige musikalische Kostproben aus dem neuesten Werk der Superfilm AG zum Besten zu geben. Der Film erscheint demnächst in diesem Theater und heißt Der Herr auf Bestellung. Die Hauptrollen spielen Elze Elster, Trude Lieske, Elmar Buller, Paul Hörbiger, Wilhelm Bendo und Albert Paulig. Den Herrn auf Bestellung spielt Willi Forst. Der Regie führte Geser von Bolvari. Musik und musikalische Leitung hatte Robert Stolz inne, den Sie jetzt gleich hier sehen werden. Er dirigiert persönlich die Louis Ruth Bamm. Auf Wiedersehen. Musik und musikalische Kostproben. Musik und musikalische Kostproben. Musik und musikalische Kostproben. Dein Hemdchen ist aus Krepteschirn, Dein Herz, das ist aus Stein. Du ahnst nicht, wie verliebt ich bin, Das weiß ich allein. Musik und musikalische Kostproben. Ja, wüsstest du, wie nett ich kann zu Frauen sein, Dann sagst du bestimmt länger nein. Dann wär dein Herz aus Krepteschirn, Und nicht wie jetzt aus Stein. Musik und musikalische Kostproben. Musik und musikalische Kostproben. Musik und musikalische Kostproben. Die Mutter braucht ja nichts davon zu wissen, Wenn wir am Abend unterm Haustor stehen, dass zwei sich ohne Ehringe küssen, das kann die Mutter heut' nicht mehr verstehen. In der nächtlichen Gasse, wir beide ganz allein, der Mund geht sich so fein beim Gaslaternenschein. Die Mutter braucht ja nichts davon zu wissen, wenn wir am Abend unterm Haustor stehen.